Jawohl, Freunde! Und damit recht herzlich willkommen zu Walking Dead Season 2 Episode 5. Ja, und unsere letzte Episode, äh, beziehungsweise, ja, unsere letzte Folge von Episode 4 endet ja mit einer Schießerei. Ich bin es gespannt, wie ich das bin, wie es weitergeht. Warum liegt Clementine noch im Buch? Okay, Übersetzung ist hier auch nicht mehr vorhanden. Hey! Was machst du? Clementine ist wirklich eine taffe Frau, möchte man ja schon sagen. Können Sie hier? Können Sie diesen Mann ausfüllen, bis er rauskommt. Können Sie das? Können Sie das? Er hat es unter Kontrolle. Oh, war das was du an das? Nein. Nein, jemanden muss gehen. Wir können nicht nur hier sein. Das ist nicht so schlimm, als es bereits ist. Du kannst nur gehen! Englisch! Ich will jeden von euch! Ja, okay. Ja, okay. Was da? Oh, gut gemacht Kenny. Okay. Wir sind die erste. Luke, ich bin sorry. Es ist nicht dein Problem. Er hat mich in die Hände, aber ich glaube, es ging durch. Ich weiß nicht. Ich werde gut sein. Ich denke, ich werde gut sein. Alles. Gehm n superintendent Gehen schnell weg, bitte Ich muss mich hier sein. Ich glaube, quiet! Das ist mir jetzt nicht in seine Suche. Nicht zu, ich darf drücken! Ich kapiere hier! Keinander weg, in die echt jetzt! Du hast mich nicht verletzt, ich muss mich nicht verletzt. Du wirst du wirst! Du wirst mich nicht verletzt, du wirst du wirst! Du denkst, ich bin los? Aus hier! Kenney! Verletzt mich, ich muss mich auch sehen, wenn es dir alles in Ordnung ist. Verletzt mich nicht verletzt, verdammt! Sie ist ein Zombie, du Vollpfosten. Was zum... Okay, das war jetzt die alte, die dir... Was? Messer? Ach, oh, guck an. Sie lebt auch noch. Gute Nacht. Ja, endlich dem Leiden ein Ende machen. Dankeschön, hast du gut gemacht, mein lieber Kenny. Sie kümmert sich drum, okay. Also, ihr habt vorhin den russischen, äh, sprechen, nö, sowas mit Zug im Zinn heißt, glaube ich, so viel wie Hurensohn. Nur so, by the way. Das haben sie echt mal so ein bisschen nuschelmäßig ausgesprochen, damit man das nicht so wirklich entziffert, was da für harte Worte fallen. Was? Nee, ich dachte, das war es. Ja, das war für diese Arschlösen. Dankeschön, dass wir zurückkommen. Ich wusste nicht diesen Mann. Ich habe nie jemanden, der mich nicht verletzt, in irgendein Weise nicht verletzt. Ich versuchte, dass er ein walker ist. Aber es ist anders. Du hast uns geholfen. Ja, das ist das, was ich gemacht habe, aber ich fühle mich falsch. Ich wusste gar nicht, dass das bei der letzten Folge auch schon tierisch angefangen hat zu schneiden. Ich wüsste mir die letzte Folge noch mal angucken, ob das angefangen hat zu schneiden, aber ich glaube nicht. Nee. Ihr tragt es alle in euch. Die Frage ist nur, was ist es? Wie infiziert man sich? Also in der Serie. Oder hier in einem Point of Clique. Ich weiß, das ist ein Adventure-Spiel oder so. Ähm... Ach. Na? Hey, hey! Stop! Guys, guys, come on! It's over, man. He ain't a threat to us. How can you say that? Of course he is. Get out of the way! Whoa! What are you doing? I'm doing the same thing this asshole tried to do to us. It doesn't have to go down like that. Kenny, please! He's just a scared kid, man. Kenny, his... His sister is dead. He's lost enough already. You don't have to do this. Is it his house? Food, please. Please, I can take you. Bullshit! No, no. It's true. We have place. Not far. Food. See? He wants to help. Oh, don't be stupid. He's just trying to save his skin. Why the hell would you help us, huh? I... I now want to see more people dead. Then close your eyes and I'll make it quick. Kenny, back off. If he's telling the truth, it could save all of us. We need the food. None of this will matter if we all starve to death. She's right, Kenny. We're running low on supplies as it is. It's worth the risk to check this place out. Trust him, don't trust him. It doesn't matter. Kenny, come wieder zu dir. You just need to be careful. It can't be far from me. Kenny erinnert mich so ein bisschen mehr an Rick. Der handelt dann gerne und... Normalerweise müssten jetzt... Wie sind die drei Fragen? Erinnert mich so ein bisschen mehr an, okay? Ahhhh... I'm sure you're really excited to have your girlfriend back. I was there with her. It's my fault too. Think about the baby, Kenny. If there are supplies, we need them. We ain't gonna last much longer without more food. We gotta take a chance. Unless someone's got a better plan. Kenny wird ihn auf jeden Fall im Auge behalten. So viel ist sicher. Und wir natürlich auch. Weil er muss natürlich gestützt werden, weil er einen Schuss ins Bein gekriegt hat. Oder ins Knie, oder wie das war. Look, I know you're probably pissed about me leaving. When I heard the gunshots, I... I knew it was a mistake. If it helps, the thing I'd normally do is walk away for good. But I didn't. Despite what my instincts are telling me. Despite everything I've seen. everything I've been through. I'm here. I'm here to try and make this work. All I can do is... promise you I won't abandon you again. Which, to be fair, I've never done before. Even though I probably should have. A few times now. You don't gotta point the gun at him the whole time. You forget what we just went through? He ain't going anywhere, Kenny. No need to get your arm all sold. I'm worried about Kenny. He's... He's in a dark place. We gotta keep an eye on him. Everything he's been through. He's lost. It's changing him. He'll be okay. I've known him a while. Well, it's all starting to pile up. It's weighing on him. Everyone has a breaking point. You're the only one that he trusts. That he really trusts. That means you're the one that's gonna have to pull him back. He's counting on you. If we're really going to make this work, we're all counting on you. He's tougher than you think. He can handle it. I don't think that he can. You'll see. I hope you're right. Come on, Slowpokes! We'll be right back.